Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jinx! Heute neuer Aufnahmetag am 3. Oktober, alles läuft, alles ist prima, ich hab's geschafft. Aber okay, ich hab ja jetzt auch wie gesagt 3-4 Tage frei, also das wäre jetzt wirklich total bescheuert, wenn ich jetzt nicht weiterspielen würde. In der letzten Folge haben wir das Schloss von Creep, von Creep betreten. Wahrscheinlich ist das ein Creep, also mit C halt, C-R-E-E-P, also so ein komischer, abstößiger, ekliger Typ. Und die haben das einfach mit K ins Deutsch übersetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich Creep heißt. Aber gut, den werden wir wahrscheinlich eh nicht finden, weil wir haben Sony Mama ja auch nicht gefunden, oder? Ich glaub, das sollte auch eine Person sein. Auf jeden Fall hab ich mir natürlich wieder die letzten, ich muss mal kurz gucken, ich hab ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich der Meinung bin, dass da drüben noch, wo komm ich da zurück, ähm, noch ein Schloss war. Oh, ja, wow, das war knapp. Ähm, hier, dachte ich, da wär, ja, das heißt, ich könnte jetzt, da ich schon mal hier bin, werde ich jetzt hier die Tür aufmachen, genau. Hab jetzt hier also quasi wieder, ähm, zwei verschiedene Wege, die sich wahrscheinlich irgendwie übereinander schneiden werden, sich schneiden werden, übereinander schneiden. Gibt's das überhaupt, auf jeden Fall, ähm, ja, sind wir halt, wie gesagt, jetzt, äh, in der letzten Folge in diesem Schloss angekommen, wo vorwiegend Geister und, ähm, Werwölfe leben, die mich gerne mal zu Tode erschrecken, dass, da haben, da musste ich auch, äh, tierisch lachen, als ich, äh, mir das angeguckt habe. Weil das zeigt ja irgendwie, dass ich schon, ähm, irgendwo emotional drin bin. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich jetzt im Vollbild spiele oder so, was ich bis jetzt auch nicht wirklich gemacht habe. Ähm, wie lange hält das Loch, bitte? Ich werde da nicht schon wieder außersehen reinfallen. Äh, okay, blink dich einfach mal weg. Ähm, ja, und ich hab mir die letzten Folgen angeguckt und... Was mich sehr geärgert hat, war das mit den, ähm, mit den Zaubern, dass ich da echt ne Menge Gewitterwolken verschwendet habe, weil ich ja dachte, man müsste irgendwie zweimal raufhauen, aber das war auch nicht so wirklich, äh, leicht herauszusehen, weil der hat sich da wirklich extra viel Zeit gelassen, bis er da gestorben ist. Ich hab echt nur noch, äh, das hier. Und mit den Fängerbillen kann ich ja nicht wirklich was machen, also sollte ich die... Ich werde die einfach mal spaßeshalber dann auf die Gegner werfen und dann hab ich sie dann auch weg. Dann irritieren sie mich nicht. Ähm, okay, das ist das Simpel. Und ich hab mich jetzt über die Kuh informiert. Nicht gestern, aber so fünf Minuten, bevor ich jetzt angefangen hab mit aufnehmen. Ähm, das war... Am Anfang war das, ähm, war der Grund, weil ich, ähm, minimal Interesse dran hatte zu wissen, was es nun mit der Kuh auf sich hat. Es war, ähm... Ich war für einen kurzen Augenblick wissbegierig, aber ich hab dann fünf Minuten gegoogelt und Google ist mir so auf den Sack gegangen. Ich hab dann so eingegeben, ähm, wann gab's die erste Milchkuh und dann krieg ich so Treffer von wegen, wann gibt die Kuh Milch? Wie viel Liter gibt die Kuh denn? So Sachen, die ich überhaupt nicht, äh, die ich überhaupt nicht so wissen wollte. Und, äh, generell gab's da wieder so ähnlange Texte, wo dann stand, ja und üh und üh. Wieso kann nicht einfach einer mal, äh, auf die Frage antworten? So ein bisschen wie bei Yahoo. Wow, schon wieder so eine Explosion. So ein bisschen wie bei Yahoo oder so, dass einer eine Frage stellt und dann, weißt du so, wann gab's die erste Kuh? Ja, so und so und so und so und so. Nein, da stellt man sich erst hin und sagt, ja die Kuh war es und so und dann und 1958 und 63.000 und sieben und weißt du so, wie so bei Wikipedia. Und, ähm, deswegen kann ich da jetzt nur so, ähm, oberflächlich drüber berichten, weil ich's halt oberflächlich rausgelesen habe, dass die Milchkuh ein, äh, was bringt das? Okay, hier läuft ne Zeit. Ähm, bin ich unsichtbar vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Zeit sein. Erinnert mich an Prinz of Persia. Persia. Ja, das wollte ich auch mal spielen. Dadurch, äh, hab ich denn, äh, vor mir die Trilogie von der PS3 zu holen, extra dafür, fürs Let's Playen. Kostet ja auch nur 10 Euro oder so, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, also, das ist jetzt doof, ich hab echt nichts mehr. Ich könnte natürlich, ja, äh, lesen, les, les doch. Äh, solltest du bei deiner Suche jenen Grabstein, vielleicht solltest du bei deiner Suche jenen Grabstein umdrehen. Äh, alles klar, wir haben ja nur zwei hier. Drehen wir mal den Grabstein um. Ja, Dreieck, alles klar. Ähm, ne, ja, theoretisch könnte ich die Teile ja alle über PS2-Emulator spielen, äh, gratis. Ne, so wie sonst auch. Aber, ja, warum denn nicht für ein Zehner? Und dann läuft es wenigstens alles flüssig, schätze ich mal. Sofern, aber Media nicht wieder Anfälle hat. Und es sieht halt auch ein bisschen schöner aus. Und es gibt Trophäen, ja. Wer mag sie denn nicht, die Trophäen? Okay. Dann hab ich da aber wieder ne... Oh, ich hab hier so viele Schlösser. Wollte ich jetzt noch irgendwas sagen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich hab jetzt alles gesagt. Ich halt jetzt für die restlichen 15 Minuten meine Klappe. Nein, Spaß. Ja, also ich fand, findest, was wir bis jetzt, äh, gesehen haben. Und was ich bis jetzt gemacht hab, ganz gut. Wie gesagt, Eigenkritik und so. Manchmal habe ich vielleicht ein bisschen zu leise gesprochen bis jetzt. Weil ich so sehr, äh, in diesem Spiel vertieft war, dass ich dann, äh, und so. Aber, äh, das ist ja jetzt auch ne, ne Richtung, die ich, ja, ausprobieren möchte. Also, ähm, weil, keine Ahnung. Ich hab halt, ich weiß, ich bin tot. Ja, super. Ah, fuck. Ähm, naja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also, ähm, ich hab, wie gesagt, sehr, sehr Bock. Ähm, ich, ich möchte einfach probieren, nicht mehr drüber nachzudenken. Weil, äh, bevor, vor jeder Aufnahme stelle ich mich mal so hin und überlege mir, äh, kann ich überhaupt, bin ich heute, äh, emotional oder so in der Lage, 20 Minuten zu reden oder so. Ich mach mir nochmal sehr, sehr viele Gedanken. Und ich hab mir jetzt einfach für die Zukunft vorgenommen, dass ich's einfach mache. Ich mach's einfach, ja. Ich, äh, möchte mich nicht mehr vor jedem, vor jedem Aufnahmetag drei Wochen hinstellen und mich meditieren und mich emotional darauf vorbereiten. Sondern ich mach's einfach. Und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Es wird wahrscheinlich immer dasselbe Level haben und nie so wirklich schlecht sein. Also, so fass ich das immer wieder auf, nachdem ich's mir dann angucke. Aber ich, ich mach's einfach. Und ich würde mich, ähm, freuen. Ah, ja. Okay. Ja. Das heißt, dass die andere Tür wahrscheinlich, ähm, ein Secret war. Okay, na gut, das konnte jetzt aber keiner wissen jetzt. Seien wir mal ehrlich, ne? Und dann, äh, hätte ich wieder wahrscheinlich so einen einsamen Auftrag bekommen. Ja, das tut mir jetzt leid. Ähm, ja, würde mich einfach mal freuen, wenn ihr da irgendwie Feedback hinterlassen könnt oder so. Seht ihr jetzt zwischen dem Let's Play und dem anderen irgendeinen krassen Unterschied oder so. Und so weiter und so fort. Aber gut, konzentrieren wir uns jetzt mal wieder aufs Spiel. Ähm, ich hab das mit den Sternen, hab ich jetzt mittlerweile auch gerafft. Also, ähm, es gibt Silberne, die bringen, glaub ich, zwei oder drei. Und die normalen bringen halt einen und so. Aber ich find, das ist trotzdem immer noch zu wenig. Ist dies ein Labyrinth aus Krypten oder ein kryptisches Labyrinth? Wo ist jetzt der Unterschied? Ähm, Krypten, kryptisch. Das ist doch so eine, äh, Schrift, die aus, die ganz, ganz alt ist, ne? Ähm, so oder so, vier Steine musst du finden. Ja, hab ich das jetzt, äh, bevor du wieder auf Erden wirst landen. Hab ich das jetzt überhaupt mit der Kuh gesagt? Ja, die Kuh, äh, ist gezüchtet worden vom Menschen und ist ein, äh, Nachfahre vom Nachfahren, vom Nachfahren, vom Nachfahren und irgendein altes Tier war damals bei Cäsar. Und daraus ist über die Jahrhunderte die Kuh entstanden durch Züchtung des Menschen. Also, es ist falsch gewesen, was die uns da gezeigt haben. Die Kuh gab's damals noch nicht in, äh, im aztekischen Zeitalter oder was auch immer das da war. Na gut. Also, ist das ein Labyrinth aus Krypten oder ist das ein kryptisches Labyrinth? Ich hab keine Ahnung. Also, wahrscheinlich keins von beiden. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Spiel. Das könnte es sein. Vielleicht befinden wir uns ja gerade in einem Spiel. Äh, ja, das wird's sein. Okay, also ich hab bis jetzt nur einen Weg. Ich hab hier ne, äh, ne verschlossene Tür. Ich muss das nochmal nachgucken, damit ich mich jetzt hier nicht wieder vertue. Okay, hier kann ich auch nicht lang. Das heißt, ich hab nur einen Weg. Und auch passenderweise ein Leben noch. Was sehr, sehr schlecht ist. Sehr, 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 sehr schlecht, weil man überlebt, wie... Wenn man mal überlegt, wie oft ich unnötig gestorben bin. Weil ich nicht gewartet hab oder so. Westen. Okay. Das heißt, es wiederholt sich wirklich, dass wir... In jedem zweiten Abschnitt einer Welt so ein, ähm... So ein... So eine Art Halle haben, wo wir nach links, nach rechts und nach oben können. Und... Es ist egal, wie die Orte heißen, weil wir sie eh alle abklappern. Und sie hilft auch, äh, sie helfen auch nicht wirklich bei der Orientierung, diese Namen. Okay, ich hab einmal noch ein schwarzes Loch. Ah, ich hab ein Tornado. Wann hab ich denn den eingesammelt? Ähm... Ich werd einfach mal probieren, die Gegner zu ignorieren für ne Weile. Bis ich wieder Zauber hab. Kann ja auch sein, dass wir vielleicht irgendwann mal so einen Endgegner treffen oder so. Und... Okay, der wär dann auch ziemlich einfach, wenn ich die ganze Zeit Zauber spammen könnte, oder? Wahrscheinlich gibt's gar keinen Endgegner. Höchstens vielleicht dann zum Schluss diese... Dieser komische Piraten-Anführer da, äh... Gut, Roger oder so. Das wird sein. Ihr wollt meinen Schatz? Gut, den könnt ihr haben. Irgendwo beim Jigs hab ich ihn versteckt. Der bringt mich nur hoch für den Schlüssel, ne? Ist jetzt kein... Was? Was, 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 was denn jetzt, ne? Okay. Muss ich ihn jetzt zweimal drehen? War das jetzt die Botschaft oder so? Keine Ahnung. Aber ich hab ihn jetzt, ne? Ich hab jetzt einen Schlüssel und, äh, da war, glaub ich, nur... Äh, da kam ich, oh Gott, da kam ich her. Hier muss... Hier kann ich lang. Ich könnte aber auch hoch, um den Schlüssel einzusetzen. Ich könnte da auch runter. Geh erstmal hier hin. Vielleicht kann ich ja noch einen Schlüssel einsammeln. Ähm... Hab ich da grad einen Zauber eingesammelt? Ah ja, guck mal, ich hab wieder drei Indiana-Bälle. Cool. Frisst das! Oh, ich hatte grad schon Sekunden Schiss, dass ich nicht treffe. Gut, Moment. Headside fail, tut mir leid. Okay, hier setz ich dann... Achso, da will er einen anderen Schlüssel haben. Gut. Da muss ich wahrscheinlich nach oben. Oder hier unter. Äh, oh Gott. Ich find das ein bisschen schwer einzuschätzen hier. Trotz dieser... roten Striche da. Also von oben, von unten geht's. Das ist kein Problem. Ja, da hab ich ja nur noch einen Weg. Also werd ich den da oben einsetzen? Oh... Und dann... werd ich da irgendwas kriegen, was mir weiterhilft, ja? Hallöchen. Oh Gott! Mann! Warum denn? Warum macht mich... Machen mich diese... Wieso? Wieso werd ich immer wieder... Wieso erschrecken mich diese Explosion? Und... Warum? Was? Warum? What the fuck? Bist du bescheuert? Alter. Der erinnert mich von der Lache her so ein bisschen an die Kroggegner. Was zur Hölle? Du kannst doch nicht einfach meinen Schüssen ausweichen. Also das ist ja hinter 40. Das ist ja echt hinter 40. Aber gut. Dafür scheint der Nahkampf nicht so wirklich besonders stark zu sein. Ja. War das ja zu ne Art Zwischengegner oder so? Tja, das war ja richtig behindert. Da freut man sich, weißt du, denkt sich so... Ja, ich hab drei Ideana-Bälle und dann kommt sowas. Ja. Super. Da hab der mich ja wieder erwischt. Wo war das jetzt? Ähm... Ja, ich glaub... Hier runter. Ah, hier runter und dann nach rechts, glaub ich, war das. Oh Gott. Ja, okay. Oh, wow. Oh, wow, wow, wow. Oder war das die Sternentür hier? Ja, ja, ja. Cool, ich hab mir was gemerkt. Ich mache Fortschritte. Alles klar. Und der bringt dann... Ich glaub das... Oh nein, 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 es ist halt gestört. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Hab ich jetzt genau eine Minute Zeit. Äh... Oh Gott. Ich... Ich muss raten. Ich muss raten. Ich renne an einfach mal, ähm... Ähm, 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 hier, 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 hier. Nein, die andere Seite. Ja, gut. Oh, war jetzt die Zeit um oder war die Zeit jetzt, wo du... ...die ausgeblendet, weil ich's geschafft hab? Bin mir sicher. Aber... Wahrscheinlich hätte ich mir noch ein bisschen länger Zeit entlassen können. Super. Okay. Ähm, die Annabelle hab ich drei. Hallöchen. Oh Gott, da, das ist fair. So... Ziel-Lenk-Geister oder was? Geht's euch noch gut? Oh Gott. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehr, sehr gut. Das ist ein Amboss. Da, es gibt Sterne. Oh, hier bin ich hier. Oh nein, ich bin kurz vor dem Leben. Oh. Ja, was ist jetzt? Was kann man jetzt eher riskieren? Das Problem ist, ich kann gar nichts mehr riskieren. Ah doch, warte, 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 warte. Und das sieht okay aus. Äh, hier gibt's auch ein weicher Punkt. Ich hoffe, das explodiert jetzt nicht. Das sah so ein bisschen danach aus. Äh, ja. Ja, rüber, 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 rauf. Bitte. Ja, das müsste reichen, oder? Oh nein. Wieso denn? 94 hatte ich nicht eben 97? Äh... Ich glaub, der geht dann wieder zu und lässt mich nicht durch. Okay, ähm, ich glaub, jetzt mal hier lang, dass, dass... Ich warte jetzt. Ich hab echt keinen Bock, dem Ober zu gehen. So. Oh nein. Oh Gott, das ist nur jemand, den ich anlabern kann. Was auch schlimm ist, ich mag nicht mit Leuten reden. Marvin, natürlich. Hallo Marvin. Oh, ich bin so hungrig und so schwach. Habe seit Stunden nichts gegessen. Wenn das so weitergeht, bin ich bald nur noch Haut und Knochen. Kannst du mir vielleicht dabei helfen, Schicken einzusammeln? Hier überall liegt Schicken rum. Ich hatte... Ach, Kürbisse. Ich hatte Kürbisse für einen Kuchen. Aber diese fiesen Piraten haben alle gestohlen. Wirst du mir helfen, sie wiederzufinden? Lass mich raten, da liegt doch jetzt bestimmt ein Kürbis neben dir. Okay, das sollte wirklich einfach sein. Ich hatte neun Kürbisse und die Piraten haben sie irgendwo in den drei... In den, in den, in den, in den drei Gebieten. Das heißt, ich kann gar nicht alle finden, weil ich nicht mehr nach Gebiet 1 komme. Dieses Reich ist versteckt. Komm zurück. Ja, Katze ist gut. Auch so ne Sache, ja. Ich sitze hier rum. Mach nix. Kaum mach ich was. Mir auch die Katze. Da will mich bestimmt keine davon abhalten hier. Let's Play ist so drin. Nein, nein, nein. Komm zurück, wenn du alle gefunden hast und du kriegst eine super Belohnung, ja. Werden wir natürlich nicht so erfüllen können, weil ich ja auch nicht mehr zurückkehren will. Von daher, oh Gott. Kann ich hier runter? Äh, oh Gott! Alter! Diese Explosion. Aber immer, immerhin kam jetzt kein Gegner raus, okay. Was ist denn hier los? Wieso explodiert alles? Oh Gott. Okay, äh, wo muss ich jetzt hin? Ich muss wieder zurück. Also warte ich am besten hier nochmal. Ja, hab wieder Kamerafahrten. Oh Gott. Ja, ja, bleib so. Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Jetzt! Also muss ich mich jetzt den Fallen hier stellen. Ja, es ist ja nur eine Falle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein, nein, nein. Lauf hier jetzt, 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 jetzt. Durch, durch da. Okay. Okay, ähm. Hier. Ich hab's jetzt das Gefühl, dass ich hier nicht langlaufen kann. Oder? Was passiert hier? Das sieht mir so gefährlich aus. Ne? Moment, was war das? Ist da grad was passiert? Wo bin ich mir das jetzt ein? Gibt ja, äh, da auch so, so Spiele, so Rätsel von Spielen, wo, wenn du da raufläufst, trittst, passiert irgendwas. Wahrscheinlich darf ich mich nur hier bewegen. Wahrscheinlich darf ich mich nur hier bewegen und alles andere fällt in sich zusammen oder so was. Irgend so was wird es sein. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es erst auf dem Rückweg relevant. Immerhin habe ich jetzt mein Leben. Aber dafür habe ich nichts anderes erreicht. Super. Ah. Wahrscheinlich muss ich hier rauf. Und dann rüberlaufen. Rüber, 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 rüber. Oh ja, ja, es ist auf, es ist auf, oh, nein. Ah, ich darf nicht cheaten, glaube ich. Warte mal, wir aktivieren das nochmal. Und dann trete ich mal hier rauf. Okay, ja. Wahrscheinlich, ähm, wie, warte mal kurz? Wahrscheinlich, äh, trete es dann nicht. Habe ich genug Zeit? Oh, da ist die 20 Minuten schon wieder um. Ja, es scheint nicht zeitgesteuert zu sein, gut. Leute, dann würde ich mal sagen, äh, schauen wir mal in der nächsten Folge, ob ich es schaffe, darüber zu laufen. Und vielleicht ein paar Sterne einzusammeln. Und ein paar Zaubersprüche wiederzubekommen. Beziehungsweise, die, die ich habe, nicht wieder sinnlos zu verschwenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.